Täglich ist unsere Gesundheit Gefahren ausgesetzt. Aber was wäre, wenn eine große Gefahr für unsere Gesundheit noch weitestgehend unbemerkt geblieben ist? Wir tun unser Bestes, um schädliche Einflüsse von unserem Körper fernzuhalten. Dabei wird oft übersehen, dass eines unserer Organe eine besondere Rolle bei der Abwehr und Aufnahme von Giftstoffen spielt. Es ist unser größtes Organ. Es ist die Haut. Durch ihre Größe und Lage ist unsere Haut tagtäglich dem direkten Kontakt mit Schadstoffen ausgesetzt. Eine gesunde und gepflegte Haut erfüllt folglich auch eine wichtige Schutzfunktion für unseren Organismus. Ich würde schon sagen, dass mir eine schöne und gesunde Haut auch wichtig ist. Ich habe schon von klein auf gecremt und auf mein Äußeres geachtet. Und jetzt achte ich halt auch mehr darauf, Markenprodukte zu verwenden. Denn da gebe ich gern auch mal ein paar Euro mehr aus, habe dann aber auch ein gutes Produkt. Aus meiner Sicht gibt es zu viele bedenkliche Stoffe in vielen Kosmetika. Darum können diese der Haut auf mehr schaden, als dass sie helfen. Für mich ist das dann reine Illusionskosmetik. Man meint seiner Haut etwas Gutes zu tun und glaubt den Versprechungen und den schönen Gesichtern in der Werbung. Dabei stecken viele Kosmetika voller billiger Mineralöle, allergener Reitstoffe und bedenklicher Konservierungsstoffe. Aber warum sollten Hautpflegeprodukte denn schädlich für die Haut sein? Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was man von Hautpflege erwartet? Das Dilemma ist, dass es einigen Kosmetikherstellern wichtiger zu sein scheint, den vermeintlichen Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden, als gesunde Hautpflege anzubieten. Kosmetik muss nach deren Vorstellung hübsch verpackt sein, gut riechen und sich schön anfühlen. Also hat man allerlei Zusatzstoffe in die Kosmetik gemischt. Diese kommen zwar den vermeintlichen Verbraucherwünschen entgegen, gleichzeitig bringen sie aber oft unerwünschte Nebenwirkungen mit sich. Viele Cremes setzen sich aus fragwürdigen Inhaltsstoffen zusammen. Da wären zunächst einmal Mineralöle. Die sind ähnlich dem Öl, was wir in die Motoren unserer Autos schütten. Dann diverse Duftstoffe und Parfums, die zu den häufigsten Allergieauslösern gehören. Und dann noch eine ganze Armada von Konservierungsstoffen, die bekanntlich ein gewisses Risikopotenzial besitzen. Und zudem noch teilweise die Haut schneller altern lassen. Also genau das Gegenteil von dem machen, was der Verbraucher erwartet. Natürlich achte ich schon drauf, was für Produkte ich für mein Kind nehme. Anna ist ja auch Allergikerin, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Nur sie hat auch schon ihren eigenen Geschmack und setzt da ihren Kopf durch. Sie mag auch so Fruchtgerüche, Fruchtgerüche, so Erdbeer oder Himbeer. Und ich mag mehr Vanille oder Kokos. Gerade vermeintlich gut riechende Kosmetika enthalten allerlei Duftstoffe und Parfums. Die sind verantwortlich für eine Vielzahl von Allergien. Schon im Kindesalter können wir sensibilisiert werden und Allergien entwickeln. Das heißt, unser Immunsystem wehrt sich gegen diese körperfremden Substanzen auf der Haut. Besonders dann, wenn diese Stoffe noch dazu in den Körper eindringen. Meistens kommt es aber erst Jahre später zur eigentlichen allergischen Reaktion. Allergien werden übrigens nur von körperfremden Substanzen ausgelöst. Diese Tatsache steht in jedem dermatologischen Lehrbuch. Auf Parfum, Duftstoffe, Konservierungsstoffe und Mineralöle zu verzichten, ist aus physiologischer und dermatologischer Sicht der richtige Weg, wenn man sich eine gesunde und intakte Haut wünscht. Viele Menschen nehmen aber seit Jahren dieselbe Creme und sind mit ihr scheinbar zufrieden. Ja, meine Bodylotion, die finde ich auch richtig super. Da ist die Haut auch schön geschmeidig und fühlt sich gut an. Nur wenn ich meine Zeit nicht creme, dann fühlt sich meine Haut schon trocken und spröde an. Und deswegen versuche ich meine Creme halt auch immer mitzunehmen, damit ich zwischendurch auch mal schnell cremen kann. Leider wissen nur wenige, dass die billigen Mineralöle in höheren Konzentrationen einen dünnen und durchdringlichen Film auf der Haut bilden können. Das fühlt sich zunächst auch noch gut an. Mit der Zeit kann aber die haut eigene Schutzfunktion verkümmern. Und wenn wir dann nicht cremen, stellt sich sofort ein Gefühl ein, was wir als spannende Haut beschreiben. In Wirklichkeit hat dann die Haut schon richtig Probleme und wird regelrecht süchtig nach dem künstlichen Schutzfilm der Mineralölprodukte. Vorteilhafter ist es natürlich, mit pflanzlichen Ölen zu arbeiten, die Bestandteile haben wie die Fette unserer Haut. Das ist natürlich aufwendiger und auch teurer, aber aus Kostengründen werden lieber die billigen Mineralöle verwendet und nachher in Produkten teuer verkauft. Was stellt nun die optimale Strategie dar, unsere Haut zu pflegen, ohne ihr zu schaden? Aus dermatologischer Sicht besteht ein Hautpflegeprodukt idealerweise nur aus körperidentischen, das heißt körpereigenen Inhaltsstoffen. So bekommt unsere Haut alles, um sich selbst zu pflegen und zu regenerieren. Gleichzeitig werden Allergien bestmöglich verhindert, weil ja alle Zutaten denen unseres Körpers entsprechen. Für das Immunsystem besteht also kein Grund einzugreifen. Ein geniales, weil gesundes Konzept. Nur eben so spezielle Produkte herzustellen, das ist nicht ganz einfach. Wir haben lange geforscht und experimentiert, um eine Hautpflege zu entwickeln, die nur aus Stoffen besteht, die auch im Körper und in der Haut vorkommen. Dabei gab es einige Hürden zu nehmen. Zunächst definierte Dr. Henrich aus dermatologischer Sicht die ideale Zusammensetzung. Dann machte ich mich von chemischer Seite daran, daraus eine funktionierende Hautpflege zusammenzubauen. Das hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt haben wir mit Skin Ident die erste Pflegelinie weltweit, die nur aus körper- und hautidentischen Stoffen besteht. Wenn Mediziner und Kosmetikhersteller wissen, was gut und was schlecht für unsere Haut ist, wieso gibt es dann so viele Pflegeprodukte mit bedenklichen Inhaltsstoffen? Warum gibt es Kosmetikhersteller, die das unserer Gesundheit zumuten? Warum Skin Ident die einzige Hautpflegelinie mit ausschließlich hautidentischen Inhaltsstoffen und Vitaminen ist, kann ich nur vermuten. Vielleicht fehlt das Wissen oder das technische Know-how, solche Produkte herzustellen, oder man möchte es halt nicht. Dass aber grundsätzlich viele Kosmetiker mit bedenklichen Inhaltsstoffen auf dem Markt sind und dass zu wenig über die Risiken aufgeklärt wird, das ist schon wirklich ein Skandal. Denn Hautpflege muss Gesundheitspflege sein. Da stecken teure Anti-Aging und Anti-Falgencremes voller Konservierungsstoffe wie dem Methylparaben, die nachweislich die Haut schneller altern lassen. Das ist doch absurd. Das ist wie eine Diätpille, die aus Zucker und Fett besteht und dick macht. Gerade Kosmetikerinnen und Kosmetiker als Experten für Hautpflege sollten die problematischen und bedenklichen Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten vermeiden. Besser verwendet man spezielle hautidentische Pflegeprodukte, die die Haut sanft bei ihrer natürlichen Regeneration unterstützen. Nach meiner Hautdiagnose habe ich eine typische Mischhaut festgestellt. Das heißt, in der T-Zone ist die Haut eher fettig, auch etwas unrein. In den übrigen Bereichen, vor allem im Wangenbereich, haben wir eine sehr trockene, eher empfindliche Haut. Deshalb möchte ich für die Behandlung gerne die Präparate mit Skin Ident vorschlagen. Ich würde jetzt die Haut erst einmal sehr gründlich reinigen, in der T-Zone ein leichtes Peeling auftragen und im Anschluss mit Liposom super von Skin Ident pflegen. Liposome bilden eine wichtige Basis unserer Hautpflege. Sie helfen uns, die Wirkstoffe tief in die Haut zu transportieren. Aber nur weil unsere Produkte keine bedenklichen Stoffe enthalten, können wir auch ohne Bedenken die fantastischen Wirkungen der Liposome nutzen. Wir verwenden sogenannte mehrschalige Liposome, die besonders gut in die Haut eindringen und dabei extrem viel Feuchtigkeit transportieren. Um unser Konzept grundsätzlich noch einmal klar zu machen, die von uns verwendeten Inhaltsstoffe entsprechen exakt denen, die auch in der Haut vorkommen und können damit unter normalen Umständen keine allergischen Reaktionen auslösen. An dieser Stelle muss man nochmals deutlich sagen, nur weil etwas natürlich ist, heißt das nicht, dass es auch gut für uns ist. Lollenblätterpilze sind auch etwas Natürliches und haben in unserem Magen besser nichts verloren. Zudem unterscheidet unser Immunsystem nicht zwischen natürlich und synthetisch. Entscheidend für eine allergische Reaktion ist, ob ein Stoff körperfremd oder körpereigen ist. Deswegen verwenden wir in unserer Spitzenserie Skinadent nur körperidentische Substanzen und Vitamine. Ich möchte Ihnen gerne die gleichen Präparate auch für zu Hause empfehlen. Nur mit der zusätzlichen täglichen Pflege macht die Behandlung für Sie im Institut auch Sinn. Und nur mit der regelmäßigen Anwendung dieser Präparate werden wir den bestmöglichen Zustand Ihrer Haut erreichen. Es ist ganz wichtig, dass Sie Ihre neuen Kosmetikpräparate nicht mit Ihren bisherigen benutzen. Wir müssen konsequent auf jegliche bedenkliche Inhaltsstoffe verzichten, damit wir eine Verbesserung Ihrer Haut erreichen. Nur wenn also alle Pflegeprodukte die Kriterien gesunder Hautpflege erfüllen, kann die Haut in ihren natürlichen Zustand zurückkehren. Nur ein einziges Produkt mit einem einzigen schädlichen Inhaltsstoff kann das Ziel in weite Fernrücken. Das Ziel, endlich eine schöne und gesunde Haut zu haben. Ich nehme jetzt seit drei Wochen nur noch Skinident-Produkte und tatsächlich meine Haut ist viel besser geworden. Ich meine, verheißen tun das ja alle Pflegeprodukte und ich habe wahrscheinlich auch schon die meisten ausprobiert. Aber jetzt spüre und sehe ich es auch wirklich. Und mir leuchtet das Konzept auch völlig ein. Keine Konservierungsstoffe, keine Duftstoffe, keine Mineralöle. Das ist die sinnvolle Ergänzung zu einer gesunden Ernährung. Nur von außen. Mit Dr. Baumann Skinident haben wir die perfekte Schönheitspflege geschaffen. Wir können mit Stolz behaupten, dass Skinident alle Kriterien einer optimalen Hautpflege erfüllt. Uns ist aber nicht nur wichtig, dass unsere Kosmetik besonders verträglich und wirksam ist. Wir wollen auch nicht das Tier oder die Umwelt Schaden nehmen. So verwenden wir bewusst keinerlei Inhaltsstoffe, für die Tiere getötet werden müssen. Wir verzichten auch konsequent auf Umverpackungen und vermeiden so unnötigen Müll. Ganz ehrlich, sollten Sie einen Haken an unseren Produkten finden, wären wir wahrscheinlich überraschter als Sie. Das ist der Grund der Grund der Ausgabe. Das ist der Grund der Grund der Ausgabe. Die Impowering des Atmosphalos bis in die Höhe 200. Und in der Höhe 200 unter выступieren. Und die Menschen in den Haken zu kommen, nur an die Höhe 200. Und die Menschen in den Höhe 200-10. Die Menschen in der Höhe 400. motive, können sie sich dann ohne die Höhe 200-10. Entsическиеpaden. Hier geht um auch nicht mehr.